Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo und zwar geht es in erster Linie darum, warum aktuell keine Videos kommen. Das liegt in erster Linie daran, dass wir in zwei Wochen, ein bisschen mehr habe ich noch, die Prüfungen starten. Und zum anderen ist meinem Prof noch aufgefallen, dass wir ja, bevor wir die Prüfungen schreiben können, bevor wir irgendwie das Rechte quasi dazu haben, noch ein paar Übungsblätter machen können. Das heißt, er haut jetzt in den letzten drei Wochen vier Übungsblätter raus, das heißt unter anderem auch, dass da ein bisschen viel Zeit drauf geht, weil die nicht gerade klein sind. Und auf der anderen Seite geben wir die Dinger ab, bekommen sie korrigiert zurück und dürfen sie dann nochmal überarbeitet wieder abgeben. Und bis jetzt hat noch keiner nicht arbeiten müssen. Okay, na, dann, ich weiß auch nicht, nee, keine Ahnung, auf jeden Fall, ich bin nicht weg vom Fenster, ich bin noch da. Und wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Ja, ansonsten könnt ihr euch ja in Zwischenzeit hier mit dem Steam Summer Sale begnügen. Kauft euch was Schönes. Ich weiß nicht, GameTurf Tycoon, wenn ihr draufsteht. Die Far Cry Franchise ist aktuell im Angebot. Nicht mehr lange, gibt es was Neues. Ja, ansonsten bin ich raus hier, wir sehen uns wieder. Bis die Tage, man sieht sich. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.